Die Coronavirus-Pandemie wird uns leider wohl noch länger begleiten. Je länger sie dauert, umso mehr und bessere Informationen zu diversen Eigenschaften von Covid-19 kommen aber ans Licht. Eine zentrale Frage der Forscher lautet dabei, wann überträgt ein Infizierter das Virus? Diese dürfte nun mit einer neuen Studie geklärt sein. Wissenschaftler haben das Serienintervall von Covid-19 untersucht und dabei herausgefunden, wann im Falle einer Ansteckung mit eigenen Krankheitssymptomen zu rechnen ist. Konkret geht es dabei um den Zeitraum zwischen dem Krankheitsbeginn der ersten Person und dem Krankheitsbeginn der zweiten Person, die sich bei der ersten Person angesteckt hat. Wie das Deutsche Gesundheitsportal, kurz DGP, berichtet, werteten die Wissenschaftler für ihre Studie Daten von Forschungsberichten und Falluntersuchungsberichten zu Paaren aus. Die Paare setzten sich jeweils aus einer mit dem Coronavirus infizierten Person, der sogenannte Überträger, und einer Person, die sich bei dieser angesteckt hat, der Empfänger zusammen. Dabei stand vor allem die Zeit zwischen dem Krankheitsbeginn der ersten Person und dem Krankheitsbeginn der zweiten Person, die von der ersten Person angesteckt wurde und das ist das sogenannte Serienintervall im Mittelpunkt des Interesses. Der Beginn der Krankheit wurde mit dem Auftreten von typischen Covid-19-Symptomen festgelegt. Das mediane Serienintervall, also die Zeit zwischen dem Krankheitsbeginn des ersten Infizierten und dem Krankheitsbeginn der Person, die sich bei diesem angesteckt hat, lag den Schätzungen zufolge bei berechneten 4,0 bis 4,6 Tagen. Das bedeutet, dass die Hälfte der Personen, die sich bei der infizierten Person angesteckt haben, innerhalb von vier beziehungsweise viereinhalb Tagen, nachdem die infizierte Person erste Krankheitssymptome aufwies, Selbstsymptome zeigten, so die Forscher. Damit dürfte die Zeit kürzer sein als die durchschnittliche Inkubationszeit, die laut dem DGP einer aktuellen Studie zufolge bei etwa 5,1 Tagen liege. Somit sei es wahrscheinlich, dass die Übertragung des Virus in vielen Fällen präsymptomatisch verlaufe, also schon bevor der Überträger Krankheitssymptome zeige.